Yo, was geht ab, Leute? Und willkommen zu einem neuen Video von... Hamoudi! Yo, du hast das seit langem nicht mehr gesagt, ne? Und heute ein neues Video, heute ein Reaktion-Video. Heute mache ich ein Reaktion-Video über Water-Buttle-Flip-Challenge. Ich habe das auch einmal gemacht, aber heute reagieren wir über Leute und sagen wir, ob das Fake ist oder Original. Keine Ahnung. Yo, Freunde, lass uns einfach das Video bis zum Ende angucken und dann sagen wir, ob das Fake ist oder Original. Also, Hamoudi, du guckst auch manchmal so mit und dann sagst du, ob das Fake ist oder Original, okay? Und gefällt euch die neue Hintergrund? Also, Hamoudi hat mir gesagt, mach das so besser. Ich dachte, die andere Hintergrund... Also, keine Ahnung. Hamoudi sagt, so ist besser und ich finde, die andere Hintergrund ist besser. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ich dir ist besser. Lasst uns einfach mit dem Video anfangen. Yo, Freunde, jetzt habe ich mir ein Video ausgesucht. Das ist das neueste Video, also das neueste Water-Buttle-Flip-Challenge. Das ist über Dude Perfect, also jeder kennt die bestimmt. Und jetzt gucken wir mal das Video an und dann sagen wir, ob das alles Original ist oder Fake oder ob das mir gefallen hat oder nicht. Und yo, ich bin gespannt auf meine Reaktion. Also, ich habe schon mehrere Videos gesehen von dir und es sieht takusel aus. Aber jetzt gucken wir das aller, aller neueste Video von dir. Und yo, lass anfangen. Eins, zwei, drei. Es fängt schon geil an. Es ist schwer. Alter, so geil. Schafft er das? Tschüss, Digga. Schau, Respekt. Ist das Original alles? Alter, hä? Oh, du hast das gesehen? Was? Was? Der schafft das niemals, Digga. Der schafft das nicht. Tschüss, Digga. Was? Hey, aber das ist gar nicht vom ersten Versuch bestimmt. Der hat bestimmt drei, vier, fünf Mal. This is the longboard triple flip. Ja, okay, das ist nicht so schwer, aber es ist ja eigentlich schwer, aber eigentlich auch nicht so schwer. Ja, mmh. Der hat nicht mal guckt. Ich habe auch so etwas geschafft. Ich kann das Video von mir auf Instagram abchecken, aber ich habe bestimmt nach oben geguckt. Ja, das ist nicht so schwer. Das ist, ja, das ist, ey. Das ist ein Swing-Swing-Staller. Check this out. Ich weiß, was ich denn sagen würde. Das ist einfach so geil. Komm. Das ist das. Das ist auch geil, aber guck mal, das Geilste ist, die bauen Dinge alleine und dann machen die da drinnen was. Nicht so einfach wert. Ja. Guck mal, der fasst der. Ja, komm. Das schafft ich auch. Das ist auch nicht so schwer. Ich schwöre, das ist alles nicht so schwer. Ja, probiert mal. Oh. Jetzt, 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 jetzt. Was? Ey, was, Digga? Was? Alter. Ey, was, Digga? Ey, da muss man es nicht. Perfekt. Du meinst, ich spiel mich die ganze Zeit hier, Alter. Ja, komm. Oh, was? Das ist sein Sohn, das? In the early stages of his training, we will continue and master the flip. I like the future of D.P. I'm feeling good about it. Oh, and I'm proud of you. Good job, bud. Ah, today. Ah, jetzt schafft er das. Egal. Auch wenn eine kleine Kinder eines марkes ist, Leute. Das war mein Arm. Schau dir mal das an. Das ist so geil. Wir machen so einmal und wir denken, wir sind cool. Guck mal was die da machen. Der Arm! Der Arm hält sich halt das immer nicht. Die gucken nicht mal. Die müssen... Die müssen nicht mal gucken. Die müssen einfach werfen und kommen. Ja. Okay, das ist so schwer, das ist so schwer. Nein, jetzt wäre sie das. Das ist schwer. Boom. Alter. Wirf noch bis zum Mond, Digga. Dann schaffst du es noch. Das war auch geil. Na ja, das ist auch nicht so schwer. Ja, das ist ein bisschen schwer. Ein bisschen. Ich weiß nicht, was du sagen soll. Ich weiß nicht, was du sagen sollst. Okay. Das ist der Double Flip Slider. Ich selber will mir das nochmal angucken. Hammude, hast du das gesehen? Nein, du hast es. Nee, ne? Jo, Freunde. Also, was ich gesehen habe, ist alles original. Ich weiß nicht. Also, bestimmt nicht. Die haben das alles nicht vom ersten Versuch geschafft. Aber, was die da alles machen, nicht einfach so mit einer Flasche werfen. Dann klappt das. Soll ich einen zweiten, äh, so Butterflip Trickshirt machen? Aber nicht mit so einer Flasche, sondern mit was anderes. Keine Ahnung, soll ich auch nochmal so ein Trickshirt Hammude machen? Ja. Soll ich? Aber nicht so Butterflip, was anderes. Ganz andere Dinge. Ich habe eine Idee. Wenn dieses Video, wieviel Likes? Ich würde sagen, so 35. Okay, 35 Likes. Wenn wir 35 Likes schaffen, dann das nächste Video ist ein Trickshirt. Ich sage nicht, was. Also, ich habe auch keinen Plan, mit was ein Trickshirt machen soll. Aber, ist bestimmt mit, egal auf Fußball, alles. Aber ein Trickshirt-Video. Und, jo, ich würde mal sagen, wenn das Video euch gefallen hat, dann geben wir euch einen Daumen nach oben. 35 Schlag schaffen wir einfach auf Hammude seinen Nacken. Und schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Ich würde mal sagen, haut rein und Peace. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.